In besonderen Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass wir als Sportler, als Gesellschaft und als Menschen zusammenstehen. Aus diesem Grund wollen wir vermeintliche Grenzen überwinden und die Dinge in den Fokus stellen, die uns einen. Heute stehen hier drei der bekanntesten Kraftmagarin-Instrukturen Deutschlands, um für euch da zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020